Hi, ich bin André, ich bin Fachlehrer Rettungsdienst hier in Hannover an der Yonita Akademie, ehrenamtlich in der Stauhilfe in Hannover tätig, einfach um meine Hobbys und meine Fähigkeiten sinnvoll miteinander zu kombinieren. Meine Aufgaben sind hier neben der ganz normalen Stauhilfe und dem Besetzen der Dienste noch eine zusätzliche Aufgabe, nämlich das Überwachen des medizinischen Materials und die medizinische Aus- und Fortbildung sämtlicher Kollegen der Staffel. Es war ein Erlebnis, als ein Leistungsnehmer uns einfach noch mal im Nachhinein kontaktiert hat und uns ein Dankeschreiben sehr ausführlich zukommen lassen hat. Da habe ich mich persönlich sehr drüber gefreut. Wenn du Lust hast, dich ebenfalls zu engagieren und mir als Kollege zur Seite zu stehen, dann guck mal gerne in unser Profil. Dort findest du einen Link mit allen weiteren Informationen. Ich würde mich sehr freuen.